Hallo, Chef. Hallo, Marc. Du hast mir erzählt, du hast ein spannendes neues Gericht entwickelt. Jawohl, ich habe einen Krabskopf gebacken, schön geschmort und so mit einem Kartoffelpüree mit Sommertrüfeln und ein bisschen Gemüse als Kanditur drauf. Sehr gut. Und geschmort in Rotwein? Geschmort im Rotwein, jawohl, schön. Ich weiss, du magst ja auch viele Schweizer Weine, deswegen, wenn du magst, könnten wir dazu jetzt probieren den Désalé Grand Cru aus der Parzelle Chemin de Terre von der Massi Familie. Das Ganze 2,19, eine Cuvée aus Gamel, Pinot, Merlot, relativ würzig, aber auch viel dunkle Frucht. Daher könnte ich mir das gut vorstellen zu dem Kalbsbäckchen. Ja, sehr gerne. Prima. Jetzt zum Wohl, Marc. Dankeschön. Dank dir. Ja, an der Nase wirklich viele so reifer rote Früchte, dann so ein bisschen was Pfeffriges hinten raus. Ja, sehr gut, ja. Schön kräftig der Merlot und so passt sehr gut zum Gericht. Kanin nicht zu kräftig, aber dann knackige Säure hinten raus. Ja, perfekt. Ein guter. Ein guter. Ein guter. Wieder so sensationell. Merkst du am Schluss noch ein bisschen zum. Die Note wirklich sehr gut. Bixen. Ja. Bixen. 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 Bis zum nächsten Mal.